Jürgen, die Geschichte aus Frankfurt kamen, dass bei Liverpool ein Deal mit Lyon für Nabil Fekir und auch Interesse in Guzman Dembele. Ist das etwas, was du mir interessieren möchtest? Ja, während der Spiel ein Deal! Ich würde mich überraschend über das, ehrlich gesagt. Aber kein Kommentar. Was ist der zweite Name? Guzman Dembele. Oh, er ist auf dem Markt. Er ist auf dem Markt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt bin ich interessiert. Nein, ich bin interessiert. Okay, ich bin natürlich nicht von Liverpool. Ich vermute niemals über Transfer-Rumors. Ich sage schon viel mehr als ich immer sage. See you, bye!